Dune Prophecy Dune Prophecy ist das Spin-Off zum Science-Fiction-Event von Denis Villeneuve, das nun die Vorgeschichte des Epos ergründet. Funktioniert der bildgewaltige Bombast auch ohne die große Leinwand und ohne die Hauptfiguren rund um Timothée Chalamet? Die Story 10.000 Jahre vor Paul Atreides Aufstieg im Universum des legendären Wüstenplaneten Arrakis, der auch als Dune bekannt ist. Die Schwestern Valya und Tuya Harkonnen, gespielt von Emily Watson und Olivia Williams, kämpfen gemeinsam gegen Mächte, die die Zukunft der Menschheit bedrohen. Dabei legen sie den Grundstein für eine Schwesternschaft, die später einmal als sagenumwobene Benny Jezeret berühmt werden sollte. Spoilerfreier Ersteindruck zu den ersten beiden Folgen HBO hat uns dankenswerterweise die ersten beiden Folgen vorab zur Verfügung gestellt, daher bezieht sich der Artikel auf diese beiden Auftaktfolgen. Es ist wirklich erstaunlich, wie stark die Parallelen zu George R. R. Martins Welt von Eis und Feuer sind. Tatsächlich verhält sich Dune Prophecy auf den ersten Blick nahezu exakt so zu Dune, wie sich House of the Dragon zu Game of Thrones verhält. Man betrachtet eine zeitlich weit vor der Hauptgeschichte spielende Vorgeschichte, die sich spezifisch auf eine der aus dem Kanon bekannten Familien fokussiert, hier die Harkonnen, und ziemlich autark von der später angelegten Story funktioniert, sich aber den ein oder anderen prophetischen Wink genehmigt. Auch der fast kinoartige Produktionswert ist analog zu House of the Dragon typisch für HBO. Erst vor wenigen Wochen ging ja beim gleichen Dienst mit The Penguin ebenfalls eine Spin-Off-Serie zu einem Kino-Highlight an den Start, die jedoch im Gegensatz zu diesem Titel einerseits eindeutig nur als Miniserie ausgelegt und andererseits chronologisch dem Film nachgestellt war. Bei Warner legt man offenkundig derzeit ein Augenmerk darauf, Marken auf verschiedenen Kanälen zu bespielen und zu verbreiten. Ob sich die Welt von Dune dafür auch anbietet, dazu im folgenden Mehr. Während sich die beiden bisherigen Kinofilme von Denis Villeneuve auf das Ausgangsmaterial von Frank Herbert stützten und auch der mutmaßliche Abschluss der Triologie dann mit Dune Messiah, ein Werk des Schöpfers, zur Vorlage nehmen wird, basiert diese Serie nun auf einem Roman von Herberts Sohn Brian, der, wie viele Autoren, den Kanon nach und nach angereichert und die Welt ausgebaut hat. Nahezu jede populäre Sci-Fi- oder Fantasy-Saga ist inzwischen dem Originalmaterial entwachsen, ob Star Wars, Der Herr der Ringe, Foundation, Game of Thrones oder eben Dune. Mit der Beliebtheit wachsen die Welten, verselbstständigen sich die Geschichten darin. Oftmals maßen sich dann, vermeintlich offizieller anbestimmen zu wollen, was kanonisch ist und was nicht. Während dies bei Der Herr der Ringe, Die Ringe der Macht oder auch im Star Wars-Universum mitunter schon kuriose Blüten treibt, ist das, was hier bei Dune passiert, doch angenehm durchsichtig, verständlich und wohlwollend auch von der Fangemeinde abgenickt. Dementsprechend verwundert es kaum, dass die Serie bereits bestellt war, ehe sich absehen ließ, wie groß der Erfolg der Kinofilme wird. Denn die Basis für die Vorgeschichte der Schwesternschaft ist rein für sich betrachtet ein wahnsinnig vielversprechender Stoff. Die Geschichte, die hier als quasi Origin der Benny Jezzeret fungiert, hat zu Beginn immer wieder Szenen zu bieten, die einem als kundigen Sci-Fi- und Fantasy-Fan ziemlich bekannt vorkommen. Und insbesondere, wenn man die Dune-Filme von Villeneuve noch gut vor Augen hat, wirkt manches schon fast etwas wie wieder aufgegossen. Klar kann man sagen, spielt das Ganze ja im selben Universum und etwaige Traditionen oder auch Begriffe sind demnach die gleichen. Doch vielleicht hätte man dann doch die ein oder andere Variation durch künstlerische Freiheit in der Inszenierung erzwingen können, um das, kenne ich schon, Gefühl nicht noch zusätzlich zu strapazieren. Denn auch an Foundation von Apple TV Plus werden unweigerlich mehrfache Erinnerungen geweckt und sei es allein durch einen wirklich ähnlichen Look und auch ein vergleichbares Zukunftsdesign. Doch hier kommt gleich das große Aber. Hat sich nicht auch Tolkien an biblischen Motiven bedient? Orientieren sich nicht die erfolgreichsten Autoren immer an der Antike, an Shakespeare oder an der britischen Thronhistorie? Alles war doch irgendwie schon mal da. Wichtiger ist, wie man die Zutaten zu einem neuen, stimmigen Werk zusammenbringt. Und das gelang Denis Villeneuve für seine Neuinterpretation des Herbert-Werks für die Kinoleinwand. Und das gelingt nun auch den Machern von Dune Prophecy mit der Serie für HBO. Das Worldbuilding ist dicht, wahnsinnig ausgeklügelt und extrem immersiv. Sogar so immersiv, dass man recht schnell aufhört, mit anderen Erzählstoffen zu vergleichen. Die erste Folge beginnt mit einem Cold Opener 30 Jahre vor der Handlung und bereits in dieser Szene wird klar, dass die Hauptfiguren zweifelsohne die beiden Harkonnen-Schwestern sind, die famos von Emily Watson und Olivia Williams gespielt werden. Es entspinnt sich in der Handlungszeit dann sehr schnell ein Intrigenspiel, wie man es bereits von Dune respektive den Bene Gesserit kennt und wodurch nicht selten der Game of Thrones-Vergleich bemüht wird. Denn auch in diesem futuristischen Setting geht es um Macht, Einfluss und darum, sich selbiges für jetzt und die nächsten Jahrhunderte zu sichern. Was jedoch eine neue Komponente ist, die Villeneuve in den beiden Filmen bislang weitestgehend ausgespart hatte, ist die sexuelle Ebene, die hier weitaus expliziter ausgespielt und prominenter eingesetzt wird. Da passt es doch ganz gut, dass man hier einen der Vikings-Veteranen an Bord hat, wo auch regelmäßig Orgien und Nacktheit die Faszination der Wikinger-Welt angeheizt hatten. Travis Fimmel spielt eine nicht ganz unbedeutende Rolle, aber da sein Schauspiel immer etwas im Schatten seiner ausdrucksstarken Präsenz steht, werden unweigerlich Kenner direkt in seiner Figur wieder Ragnar sehen. Ähnliches wie für Fimmel gilt auch für Mark Strong, der ebenfalls eine abermals eindrucksvolle Performance abliefert, aber auch leichte Type-Casting-Vibes versprüht. Wesentlich unvoreingenommener kann man dann schon die verhältnismäßig unbekannteren Cast-Mitglieder betrachten, die dadurch ad hoc mit ihren Rollen verschmelzen. Unter anderem dabei ist mit Aoife Heinz die Tochter von Kieran Heinz, womit sich ein weiterer Kreis zu Game of Thrones schließt. Man liest es vielleicht schon heraus. Erstmal bin ich vom Auftakt der Serie ziemlich angetan. Das liegt aber vor allem an den Vorschusslorbeeren, die die beiden Filme Villeneuve mit sich bringen. Es liegt aber auch an der Riege von exzellenten Darstellern und an der dichten Atmosphäre, die hier sehr schnell aufgebaut werden kann. Die Dialoge sind absolut eingängig und werden mit genug Pathos vorgetragen, dass immer klar ist, dass man sich hier in der Welt von Herbert befindet, wo stets die religiöse Komponente eine mitunter entscheidende ist und auch die politischen Sphären nicht an Komplexität geizen. Was aber im Gegensatz zum Kino-Epos noch fehlt, ist ein Stück mehr Eigenständigkeit und ein Hauch mehr Tragweite. Aber das kann in den kommenden vier Folgen bestimmt noch geleistet werden. Unser vorläufiges Fazit zu Dune Prophecy Die Benchmark liegt im Science-Fiction-Epos hoch, seit Apple TV Plus mit Foundation die Bühne betreten hat. Zum Glück beginnt man nun mit Dune Prophecy nicht bei Null, sondern baut auf dem Fundament von zwei sensationellen Kinofilmen auf. Das ist Fluch und Segen zugleich. Einerseits sind die Erwartungen dementsprechend hoch, andererseits nützen an mancher Stelle die Reminiszenzen zur eigenen Vorlage oder zu anderen Epen, um die eigenen Ansprüche nochmal zu untermauern. So machen die beiden ersten Folgen vieles richtig, vor allem aber Lust auf mehr. Dune Prophecy startet am 18. November 2024 bei SkyWow und geht danach im Wochenrhythmus weiter. In unserer Bewertung bekommt Dune Prophecy vier von fünf Toastscheiben. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.